so stellen wir ein charakter mit einem starken kopf wahnsinnigen segelohren so ein paar führer in orange kannst du mit der maus ranz rollen dann kannst du es besser sehen augenfarbe und eine gesichtszeichnung okay dann haben wir ihn erstellt und dann kommen wir in die world deine partie können andere spieler beitreten ja das muss dann einer von uns machen das solltest du vielleicht machen genau und dann will ich jetzt mal ein ganz spannendes passwort okay friedlicher modus nene privat online game ja okay privat und sort kannst ja wie immer machen ich habe jetzt klein geschrieben ludwig genommen mit g mit g natürlich ludwig schreibt sich immer mit g ok und dann drücke ich auf start keine ahnung wie du da hinkommst vielleicht kannst du mich einladen welt ein welches beitreten freunde weltname ich muss erst mal einen namen finden so und daran scheitern wir jetzt weil wir keinen namen finden popo kate petel keine ahnung was weiß ich popo nanja popo nein die welt heißt popo popo okay die welt heißt popo das passwort heißt ludwig klein geschrieben und er lädt oh kein gesicht da ist er aus könig waldemars rede vor den vorhautkorbs ich lese mal vorhaut das ist ein bisschen peinlich huch okay äh f interagieren etc oje er sieht aber ganz schön grau aus na gut damit bewege ich mich ein neuer spieler ist beigetreten kreaturen sind nun etwas stärker so oh da ist er ja ach guck mal hat auch orange fühler aber ein ziemlich blaues gesicht ja ich fand so einen andorianischen style okay die maus ist sehr sensitiv ähm okay okay rennen mit shift ach da steht ja alles da unten äh rennen rennen war sprint left shift ja gedrückt halt wie soll ich denn das machen gleichzeitig wäre er erst D und dann hä die linke shift taste ist doch gleich am zeigefinger unten hä was stelle ich mich jetzt wieder besonders blöd an ja ich drücke die linke shift taste aber dann komme ich ja kaum mit meinem finger auf W hä was hast du denn für kleine hände nicht die rechte die linke ja die linke na die rechte ist an der maus hä das ist doch super easy ich komme sogar bis steuerung runter mit meinem zeigefinger okay ich habe ich habe eine andere tastatur hallo wirgel seid mir gegrüßt ich habe die aufgabe mich mit allen mitgliedern der vorhaut zu treffen bevor sie den bau verlassen denn ich habe wichtige informationen ha ha halte ausschau nach diesen eulen statu an sie sind überall zu finden und haben nützliche tipps und tricks okay gut eulen statuen hauptmann herne guck mal der kommt aus herne er hilft dir deinen ersten tagen außerhalb des baus okay guck mal hier ist eine eulen statuen das überland ist natürlich an ressourcen und nahrung manches kann nur mit dem richtigen werkzeug geahnt werden und kannst verschiedene werkzeuge herstellen drücke v um im antennen modus viel leichter verfügbare ressourcen zu finden was ist denn bitte der antennen modus ach du großer gut äh ja ein zweig spürst über die haut ein zweig ein spross und noch ein zweig und äh wie kann ich die sachen dann aufnehmen naja für manches brauchst du werkzeug ach ne für andere sachen nicht okay das kann ich einfach so aufnehmen cool ja und wenn du f also hier du musstest natürlich noch einsammeln was da liegt ähm mit wenn du f lange gedrückt hältst sammelt er alles sofort ein dann musst du nicht alles einzeln einsammeln ah da weiß jemand Bescheid so viel weiß ich schon okay gut so dann geht es hier eine treppe hoch ne du bist schneller im einsammeln als ich hier eine tierpfeife okay was wo ne wenn du sachen einsammelst dann kommen automatisch rezepte die dazu gehören ähm und ich hab jetzt gerade eine tierpfeife als rezept bekommen wenn du eine eulenstatue untersuchst bekommst du nützliche tipps okay drücke tab zum öffnen des inventars da habe ich drinnen eine einen holzknüppel den kann man in die aktionsleiste ziehen kann ich in die hand nehmen oder ne einfach mit einmal anklicken dann hast du den ja in der hand ja dann klickst du den vorne auf die 1 zum beispiel ah ja okay dann kannst du den mit 1 dann aufrufen verbannt ein pilz steg faser okay genau leichter angriff ist mit linker maustaste rechter schwerer angriff ist mit der rechten maustaste okay da brauchst du aber die ausdauer auch für naja dann gehen wir mal weiter gucken wir mal eulenstatue ja gut das ist und wähle den kodex aus um alle werkbänke naja gut erstmal muss ich ja hier kannst du sehen bei wem du was lernst kodex wo finde ich das denn ganz wenn du im inventar bist ganz oben rechts ach da entschuldigung gibt es auch noch ach guck mal also bei herne werden wir dann hier neue rüstungen als rezepte bekommen ist das lagerfeuer bla bla okay herne war das nicht irgendwo in nordrhein-vandalen ruhrgebiet ja herne-wanne-eickel ist alles so eine ecke oh ich habe harz genau wir machen urlaub in wanne-eickel hier fasern ganz wichtig echt man muss zweimal einmal zum pflücken und einmal zum aufsummen nee du kannst es wenn du f lange gedrückt hältst mach ach so reißt das weg und sammert es sofort ein der bau kristallleuchten fackeln okay cool ich finde das sieht immer aus wie so ein kleine wie so eine kleine kerzenflamme hier was wie so ein oder ein feuerzeug oder so es ist optisch schon sehr schön gemacht kann man nicht anders sagen meine frau hat ein krasses feenomelett drauf ah schön das essen in der wurzelkaserne es ist ziemlich frische insekten eier okay ein feenomelett ich lasse dir mal ein insektenei übrig danke der hämmert hier ein bauarbeiterhammer ach man okay schimmel überall schimmel krass krass suche nach ach du rennst hier so schnell durch sorry aber für mich ist das alles neu für mich doch auch naja dafür rennst du aber sehr schnell durch möge die heilige eule mit dir sein Frau Haut okay guck mal hier wird ein Pilz geröstet ach ich habe gerade probiert mit dir zu reden weil ich dachte du stehst da aber nein nein ich rede nicht behalten die Glück guck mal ein Sofa kann man sich da hinsetzen ne ist schon niedlich Gabriel da draußen sind ein paar üble Kreaturen schon von der Königin okay ne ich wusste die Königin ist die Vorgeschichte ist glaube ich dass die Königin irgendwie krank ist und wir sollen Heilmittel suchen der hat eine Maske und eine Rüstung krass ja ja das kriegen wir auch noch alles irgendwann dumm dumm so was sehe ich denn überhaupt unten Hunger ähm Gesundheit Leben und ganz unten ist die Temperatur achso wenn es kalt wird dann verlierst du auch glaube ich Leben mhm ja krass hallo Oliver okay und was sagt der Arthur die sagen mal nix was anderes ui guck mal wie schön da hinten flattert was ist das nur eine Fee ne Schmetterling naja er ist Lilifee Eule deine Gesundheit Angriffe feindlicher Kreaturen Temperaturen Stürze klingt alles sehr spaßig Sprinten Feuerball ja dein Kopf brennt genau m ah es gibt eine Karte ja da sehe ich dich auch mhm und die Karte ist ziemlich groß ja links ist übrigens die Uhr auf der Karte okay mitten am Tag ach guck mal ich hab den Weg nach Herne gefunden ja hier das hier guck mal hier das hier ist Holz Zweige die liegen hier hallo hier wo bist du hier rechts von dir ach du bist schon wieder unten okay ja das sind Zweige die Kasse aufheben äh gibt Holz mhm was freigeschaltet Tierpfeife okay genau oh eine Eule Herstellungsrezepte Herstellungsstazien ein Herstellungsmenü ach du heiliger Crafting okay gut na da hab ich wohl noch nicht genügend dafür ja ich brauch Fasern und Holz alles was ich irgendwie nicht so finde ha guck mal wir sind in Herne gelandet mhm ich bin Hauptmann Ernest Money Cubby darf ich dich etwas fragen ein Holzknüppel ein Bauarbeiterhammer und ein Holzbeil herstellen ohne Werkbank du brauchst nur genügend Material Fasern und Holz ja ja erstmal finden okay wo kann ich Nahrung finden Pilze und wilde Erdbeeren mhm das klingt gut mhm heilige Eule hast du immer nur Blätter gegessen die Organe mancher Kreaturen sind Köst boah ja ja da gibt es ganz leckere Sachen okay aber du magst doch Innereien also stell dich mal nicht so an hier ist noch eine Eule Rüstungen ja okay mal gucken ist alles ein bisschen viel offenbar oh eine Johannisbeere ne eine was Johannis das war doch nie eine Johannisbeere das war eine Brombeere ja das ist hier so ein bisschen hast du auch gesehen wenn du bei wenn du hier bei ihm stehst kannst du mit C ja den Punkt wechseln auf Herstellung okay und dann F drücken und dann siehst du dass er dir hier gepolsterte Armschienen Stiefelhosen für Fasern machen kann äh ach das macht er dann in dem Fall er ich weiß nicht ob wir das auch selber machen können da bin ich mir jetzt gerade unsicher du kannst Nahrung essen kochen achte auf leckere Rezepte okay also ähm C umschalten F drücken okay naja gut da habe ich ja gar nichts ich habe keine Fasern ne okay so ich muss mehr sammeln glaube ich genau wir müssen halt irgendwann mal irgendwo eine Hütte setzen und einen Spawnpunkt wenn wir sterben dass wir nicht wieder ne ich will nicht sterben naja geht aber schnell hier glaube ich hm irgendwie habe ich das mit dem Sammel nicht so gut drauf ich sehe da immer nix wir können uns das ja teilen das ist ja das ist kein Problem ich sehe nur ne Eule halte dich von tiefem Wasser fern genau das kleine Volk kann nämlich nicht schwimmen also du stirbst instant wenn du ins Wasser gehst na toll ein Grabstein zeigt dir an wo du gestorben bist Wahnsinn ja da kannst du dein Zeug also du lässt die letzte den letzten Gegenstand den du quasi aktiv hast also jetzt zum Beispiel die Keule mhm die behältst du alles andere landet im Grabstein mhm bisschen wie bei Wellheim mhm hier rechts sind nur Fasern die kleinen Blättchen hier ja gleich ich habe gerade eine Eule gesehen Temperatur sinkt nachts es wird kalt baue ein Bett und einen Schlafplatz oh man so ich habe hier ja die kleinen Fenstern sind alle äh ja keine Ahnung ok mhm geht's nicht weiter tja ist jetzt die Frage ne ob hier geradeaus oder rechts keine Ahnung das weiß ich auch nicht rechts sieht irgendwie freundlicher aus finde ich aber ja vielleicht ist hier aber irgendwas ja hallo hallo hm schäbst du denn rum ich habe hier Harz aufgesammelt ich bin der Harz-Sammler Harz 4 mhm ha 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 und hier stehen noch Fasern ohne Ende na hier ist Harz ohne Ende Fasern sind glaube ich gerade naja alles mitnehmen kann man alles brauchen eben Fasern sehe ich nicht habe ich schon abgefrühstückt er ist einfach schnell ja der Lutfinger ist der Lutfinger ist der Lutfinger ok hier ist wieder eine Eule die waren wir schon ja da waren wir schon da waren wir schon ich renne in die falsche Richtung was ist das hier für ein Eingang ich weiß noch ich glaube hier ist irgendwer der Lutfinger ach gut du musst uns wirklich bärtschen oh der steht aber schon eine Weile hier Vorhut endlich bist du da Kleeblattschlüssel für die Truhe des Abbes wer ist denn der Apotheker er vielleicht Melker war der Melker war der Älte der Hofapotheker ok das müssen wir im Grunde genommen muss man das in Ruhe alles durchlesen und durchgehen das größte Errungenschaft von Melker dem Apotheker das Elixier des Lebens er behauptete damit jedes Leiden des kleinen Volkes heilen zu können aha hast du irgendeine Ahnung wer den Kleeblattschlüssel hat der Schlüssel war in der klündlichen Schatzkammer die immer schwer bewacht ist nur der König und ich haben Zutritt der Diebstahl wurde bemerkt als die Königin krank wurde und der Kleeblatt gebraucht wurde aber kann sein dass das schon vor einiger Zeit passiert ist wir trauen uns nicht die Truhe aufzubrechen die ist massiv verstärkt wir würden riskieren das Elixier darin zu zerstören uns haben verstörende Berichten von Siedlern erreicht die in den Wäldern des Überlandshausen offenbar sind einige Kreaturen dort ungewöhnlich aufgebracht und aggressiv ok suche diese Siedler auf und gehe ihren Behauptungen nach hier kann man leider nix mitnehmen ne also du müsstest auch hier mal gucken dass du mit ihm redest um halt habe ich habe ich habe ich diese Quest mit dem Siedlern zu haben äh Kalef hat er mir markiert genau ja ja ich bin das während du das durchgelesen hast bin ich das durchgegangen alles klar sehr gut du darfst du mal in den Fasern vorbei ja ich das ist wohl die Truhe eine Walnuss eine Walnuss Truhe ah Kleeblatt Schlüssel ja ok ich suche die Truhe zu öffnen es tut sich nichts Öffnung untersuchen Unterseite der Öffnung ok mehr passiert hier nicht eine Walnuss Truhe ist ja auch plötzlich mhm süß äh aber hier diese riesige Kerze an hast du die gesehen ja da liegt noch Holz was ich bin blind ja ich sehe überhaupt nichts ist noch Fasern guck mal hier ein Spross hier wo ich stehe äh ich hab hier Holz noch gefunden da bin ich schon mal ganz stolz Fasern hab ich nicht gefunden aber dann nehm ich sie mit ist ja Wurst ist ja Wurst wer sammelt jo ne obi dann tschüss tschüss alter Knacke ne bis später wenn wir den Schlüssel haben na wenn wir den haben mal gucken ok wenn man die Eulen angesprochen hat dass die dann dunkel werden ja die Augen sind dann dunkel alles klar ich hab das noch nicht gemacht gehabt ja Harz und Kunst äh ich hab jede Menge Harz und hier stehen auch oh es wird langsam dunkel oh hier stehen Pilze die kann man auch aber dazu brauchen wir erstmal ein Holzbeil können wir das nicht kraften Herstellung Holzbeil ja ne Fackel wie stellt man was her im Tab ne Tab und dann oben Herstellung ja ein Holzbeil das kann ich tatsächlich herstellen ne Fackel wäre vielleicht auch mal sinnvoll wegen wenn es jetzt dunkel wird ähm ok äh wie stelle ich das denn her oh nein wie viele Holzbeile habe ich denn jetzt hergestellt oh Gott was hast du gemacht ich hab mehrfach drauf gedrückt ich hab jetzt mehrere Holzbeile geil ne hast du gut gemacht ja ähm ne Fackel kann ich nicht herstellen weil ich kein Holz mehr habe warte ich geb dir was äh warte dafür hab ich 30 fast 30 Harz ähm ich weiß auch nicht wie ich die das Holzbeil jetzt ausrüsten soll guck mal ich hab hier hinter dir Holz gelegt hier auf dem Boden das sieht man bloß schlecht da äh ja ok warte mal so nochmal in Ruhe wie rüste ich er hat die Fackel äh die das Beil schon in der Hand ja du musst es einfach per Drag and Drop nach 2 legen oben hinlegen genau so ähm und jetzt ne Fackel einmal rechte ne linke Maustaste einmal nur ja sonst äh ok die Fackel ist 3 ah ja cool Problem ist ich hab langsam hart Hunger was hast du ja ich auch wir sollten mal hier einen Pilz ich meine die leuchten zwar so schön aber ok hab ich den jetzt geerntet oder muss ich der liegt da noch du musst den noch mitnehmen hier der liegt hier so dran genau genießbarer Pilz so ja den sollten wir aber vorher braten bevor wir den essen dann gibt er glaube ich mehr haben wir nicht auch irgendwie ein Pilzsteak haben wir nicht irgendwas na du hast du den Bauhammer schon gebaut ne mach das mal hersteller oder hab ich den warte mal Holzknüppel Holz Beil Fackel Herstellung Bauhammer kann ich sogar machen ok hab ich genau da müsstest du einige neue Rezepte gleich bekommen wenn du dann aus dem Inventar rausgehst oh Lagerfeuer Werkbank einfaches Bett und einfache Truhe ok genau dann würde ich sagen dass wir jetzt einfach mal ein Lagerfeuer hier aufstellen und uns ein paar Pilze braten äh ja ok äh Bauhammer auswählen auswählen und dann Lagerfeuer Rechtsklick ist es dann äh willst du es machen oder hast du genug Material ein Lagerfeuer äh Kollision äh da haben wir es huch zurück zum Spiel und wie will ich das jetzt ab Rechtsklick vielleicht hm ja ja ok gut das ist so kannst du den Pilz braten ok das mach ich jetzt wie indem du ans Lagerfeuer mit F gehst und dann wieder mit links klick ein Pilzsteg ne Pilzsteg genau ein Beffsteg kann ich aber nicht ich hab nur genug Pilze ich hab nur zwei Pilze für ein Pilzsteg brauch ich drei äh ich hab auch nur eins machen können äh da flattert was ja ist ne Motte mein Gott da hinten sind noch Pilze ja ja da lauf lass aber auf dass du da nicht irgendwo runterfällst äh ich hör grad ne Eule äh hier ist auch ne Eule ähm warte mal erst mal so dann ist hier ne Eule Niederschlag kann Bauwerke beschädigen ok gut so ich wollte aber eigentlich zu den Pilzen einfach springen einfach springen einfach springen 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 Gott woher man überlegt wie groß so ein Pilz ist so jetzt müsstest du also ich hab einiges wenn nicht kann ich dir auch noch was geben also erst mal zurück zum Feuer ja du musst übrigens gucken die Fackel unten ne die verliert an Haltbarkeit wenn die na geil wie steck ich die denn weg einfach nochmal die Zahlen nochmal drücken auf die du sie gelegt hast ah ja ok so F jetzt kann ich mir äh ein Pilzsteak braten ne zwei die solltest du auch beide essen glaube ich ähm so Inventar Verband Pilzsteak wie esse ich die entweder rechts mit benutzen oder du legst es oben ins in so ein Menü und ja ach so ok gut dann mit mit der Zahl halt auswählen genau ah ok meine Gesundheit ist ganz schön runter ja weil du wahrscheinlich nichts gegessen hast die müsste aber jetzt da müsste jetzt über dem Dings müsste so ein Plus so ein so ein grünes Plus sein nach dem Essen mhm ja weil wenn du nicht genug essen hast fängst du langsam an zu sterben ja die ist nur noch auf 15 oh da hast du aber Schwein gehabt naja ich höre ich ich bin jetzt 90% satt Temperatur ist okay wahrscheinlich müssen wir jetzt einen Schlafplatz bauen oder so und da wird es mir wahrscheinlich an Holz fehlen ja ich guck mal ich weiß jetzt auch nicht ob wir hier bleiben sollten aber nachts weitergehen ist halt auch nicht so schlau ne zumal meine Fackel ganz schön die Hälfte schon verloren hat wie kann ich denn eine neue Fackel herstellen naja einfach wieder neu bauen du kannst aber auch Dinge reparieren okay aber ja gut Holz ja ich brauche mehr Holz definitiv aber gut einfaches Bett kann ich bauen ich könnte dir auch eins bauen wenn du das willst wenn du das kannst wenn ich das dann benutzen kann ja wird es schon wieder Tag oder meine ich das gerade mal ne irgendwie wird auch schon wieder Tag gut dann sparen wir uns das das wird ja hier nicht unser finaler Platz sein ne uff ich reiß das mal ab so wie hast denn das gemacht äh mit C geht's glaube ich wenn du den Bauhammer in der Hand hast zeig dir das an wie du es zerlegen kannst meine Gesundheit ist immer noch 32 niedrig hast du nicht noch die Johannesbeere die kannst du auch noch naschen äh das ist eine Johannesbeere ja hm genau ja oder was auch immer es ist okay also sieben okay dann bin ich ganz satt oh das geht aber sehr langsam hoch mit der Heilung mein Gott es gibt aber auch hast du nicht auch so einen so einen so einen einfachen Verband gekriegt müsste so ein grünes Würstchen sein so eine grüne Rolle ja habe ich kannst du das benutzen ja aber vielleicht brauche ich den auch mal naja gut aber kannst ja jederzeit neu kann man die herstellen schon so es gibt eine Glühwürmchen Fackel ja habe ich gesehen mit Glühwürmchensaft oh Gott wo kriegt man den denn her das würde ich gar nicht wissen okay der Verband hat aber richtig was gebracht jetzt bin ich bei 73 das sieht schon besser aus das sieht doch gut aus naja hier runterfallen sollte man nicht ja die Frage ist jetzt überhaupt wo wir hingehen gehen wir schon Richtung Kalef ist wahrscheinlich schlau da unten sind Ameisen den kannst du übrigens auf der Karte anklicken dann ist der markiert Kalef und dann siehst du ihn oben auf dem Kompass in Richtung Westen ist der ja richtig Frage ist wie kommen wir jetzt hier geschickt rund hin warte mal hier vielleicht über diese Pilze die da am Baum wachsen wahrscheinlich ne ich muss mehr Holz sammeln so jetzt müssen wir hier ist noch ne Eile ich habe kein Holz fünf Waffentypen genau unterschiedliche Kreaturen sind auch unterschiedlich auf bestimmte Waffentypen empfindlich aber wir haben jetzt momentan nur den Knüppel also Marienkäfer was wo da da können wir hier sind die friedlich ja ne die sind friedlich ja nur nachts manche nicht ok noch gottchen wie süß wie knuddelig kann man auch töten und essen nein niemals ja will ich Vegetarier Marienkäfer töten also ich bitte dich ich würde sagen wir gehen mal hier runter da ist eine Brücke mit Eule was warte nicht weg ran oh ich habe Ameisen gesehen ja ich auch diese böse ok dich bereit Aua ok oh da kommt noch eine ich habe einen Ameisenkopf eingesammelt ich habe auch irgendwas eingesammelt ich weiß nicht was ne Käferlympe sorgt bei Hitze für Abkühlung und spendet Feuchtigkeit ok eine Feuchtigkeitscreme aus Ameisensalbe geil so habe ich mir die Feuchtigkeit vorgestellt genau wenn du ein Bauwerk abreißt wird das ursprüngliche Baumaterial sobald du mitnehmen kannst also das ist das schöne dass quasi nichts verloren geht in dem Sinne mit Pfeil und Bogen kannst du weit entfernte Gegner treffen wenn man Pfeil und Bogen hat ja ich glaube an der Werkbank oder so geht das so wir müssen Richtung Westen Wasser ja aber hier kann man drüber springen das schafft man 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 wie willst denn da darüber springen ich meine das geht mit Anlauf mal gucken ich probiere es erstmal nein nein ich bin tot nein nicht jetzt schon doch ich komme gleich wieder Moment ich bewache deinen Grabstein der hat zwei Kerzen oben drauf sieht aus wie ein kleiner Osterhase ok ok also springen ist nicht wir brauchen einen Baumstamm oder da hinten sieht ja da hinten sieht es aus wie eine Brücke das coole ist dass hier die Sachen schon respawned haben ich kann also noch mal Material einsammeln auf dem weg ich bin jetzt wieder ganz am Anfang ok dann warte ich hier einfach ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020